Ich besuche eine Freundin, Vroni. Wir holen jetzt Essen ab, was übrig bleibt, was sonst weggeworfen werden würde. Vroni ist Mitglied beim Verein Foodsharing Deutschland. Heute dürfen wir deshalb nach Ladenschluss übrig gebliebenes Essen beim Foodtruck Wegbereitung abholen. Den Foodsharing Verein gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ziel ist es, es den Unternehmen so leicht wie nur möglich zu machen, das Essen nicht wegzuwerfen. Im Gegenzug bekommen sie dann kostenloses Essen. Um dort anzufangen, machst du drei Probeabholungen und wenn du es dann dreimal gemacht hast, dann kannst du dich quasi offiziell als Mitglied sehen und dich eintragen.